und damit hallo und herzlich willkommen in meinem kleinen barbershop kates barbershop der beste in der stadt und hier rasieren wir hübsche menschen bevorzugt männer alles weg alles weg das ist ein kostenloses spiel moment ist wieder sehr laut ein bisschen schneller gehen ein kostenloses spiel ich verlinke euch das dann auch mal in der infobox falls ihr lust habt hier immer wieder den gleichen herrn zu rasieren das sieht doch schon mal gut aus ich war doch schon so schnell b b minus geht nicht so hier können wir uns unsere sachen kaufen das ist unser aktueller stand das alles können wir freischalten also wir haben ein bisschen was vor machen wir gleich weiter das kaufen wir es jetzt mal und los geht's das kann man auch drehen jetzt will ich aber ein a sehen aber was ist denn hier d das sieht doch aus wie geschleckt ja goodbye goodbye so was haben wir hier wieder ich rasier dich ich rasier dich später irgendwann mache ich auch mal so einen richtigen fancy schnitt egal ob ob ich muss oder nicht ich werde das zaubern so kollega wunderschön gott ist das laut aber ihr hört es glaube ich nicht so laut jetzt aber ach wie schön traumhaft wir können uns jetzt 220 325 jo jetzt haben wir uns hier den schmalen geholt ok so tut 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 so ganz ohne schau jetzt ist abs ja wie komme ich an die flusen aha jetzt jetzt so her mit der kehle das könnte man ja eigentlich stehen lassen sieht doch cool aus ne naja gut mhm was haben wir was haben wir c plus ach das plus macht es immer ein bisschen besser 190 wir müssen jetzt ein bisschen gut arbeiten damit wir damit wir uns mal was gönnen können stell dich nicht so an so oh ist das hier ein ekliges wunderschön boah traumhaft ah wunderbar traumhaft jetzt haben wir 275 noch zu teuer noch zu teuer wir können hier sogar noch umhänge capes stash pirate oh leather also der sieht ja eigentlich ganz cool aus den hätte ich schon gern aber wir müssen jetzt hier erstmal für dieses sparen so der herr was darf es sein wieder der baby popo irgendwie gar nicht geil aber gut so vielleicht geht es auch so professioneller feldentferner traumhaft aber jetzt ein a plus mit stern ein a plus mit stern jahre 360 oh jetzt gönnen wir uns den hier so in dieser stadt gibt es scheinbar nur einen menschen mit bart mit ziemlich massivem bartwuchs oh das ohr ist ab das ist noch mehr ab noch mehr oh gott das ist der neue rasierer der schneidet alles auch die ohren das wird glaube ich nicht so gut er ist nicht ganz begeistert oh das nächste mal ok da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen sparen so das machen wir jetzt ganz sachte so die andere seite auch ganz sachte ja wenn du nicht wackelst dann bleiben die ohren auch dran so oh jetzt haben wir das kinn abgeschnitten finish ach da war noch ein bisschen weh ach da habe ich jetzt nicht richtig hinguckt ja okay mein fehler sorry das war mein fehler hm okay hier die ganze scheiße weg wie es da unten aussieht weiß man halt leider nicht oh gott ja leider ist das nicht so einfach so dass die noch weg hab die flusen dahinter der rasierer der auch wieder haare herzaubert ja nicht schön aber selten glaub mir ja ist doch wie gewünscht ist doch traumhaft er war ja so ganz okay f nicht okay nimm mal weit schnell vielleicht muss ich mir mehr Zeit lassen so nochmal so jetzt müssen wir gucken dass wir hier nicht wieder zu viel so so schon wieder diese flusen ja ja ich bin noch in der ausbildung ja dann bleiben die halt stehen ist mir doch jetzt egal so jetzt will ich aber ein A sehen finde ich der Humor und was genau ist da jetzt nicht sexy dran verstehe ich nicht oh gott de zappa puh fangen wir denn hier am besten an erstmal machen wir hier mal hier so weg so weg und so weg auf der anderen Seite genauso so ja stell dich nicht so an okay oh das war zu ohr ab kein Problem so so So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist doch fast wie auf dem Bild. Guck doch mal, wie wunderschön das aussieht. Jawoll. Nur ein B. Achso, weil ich mir die Ohren abgesäbelt habe. Okay. So, einen Kunden nehmen wir jetzt noch mit. Puh, wie soll man das denn machen? Ist alles weg. Die andere Seite auch. Tut, 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 tut. Hier wieder den Flusemister. Okay, und jetzt? Das ist noch nicht so ganz akkurat. Hallo? So. Oh. Die beste Badrasur ever. Jetzt aber. A, bitte. Das war doch ganz gut. B. Okay. B minus. Ja. Dann würde ich sagen, mache ich mal meinen Laden wieder zu. 10 nach 1 genug gearbeitet. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.